so machen kipan mann herzlich willkommen zu einer weiteren runde meiden mädchen auto chair ist der reale wird auch immer wie das heißt muss ich wissen wie es heißt muss man wissen dass ich es kann so würde eigentlich sagen wir machen sehen wie letztes mal und nämlich eigentlich das cool bisher dann befinde ich so runde und den baum haben wir auch das sehr gut bisher ein heiler fernkörper daneben und sie dass er ziehen dahin das schon mal gut machen wir in frenchy kommt dann kannst du jungen schlacht beginnt ja sieg weiter weiter geht's nice aber wichtig gg fehlt aber noch mit drei logischerweise weil da geht es kamill okay rieden baumriese wichtig belastet warum ist natürlich rein damit ich aber vor dem heiler haben haben wir dahin mit nach stadt so aber so kommen wir mal okay zwei tanks schauen wir mal läuft gut sieht gut aus sehr gut nice nächster sieg hat ein ungeschlagen gg und sehr schnell sich einige verlieren jetzt ein leben sind aber trotzdem noch 100 reise aber nächste runde könnte für die ersten leute rausfliegen mal gucken dafür können wir nämlich jetzt sorgen da kann man direkt für sorgen papier möchte ich mir nicht so ohne holen haben wir nämlich den dritten assassin wir haben drei wollte jetzt ich nicht aber machen wir mal eine heilung heilerin so machen wir das machen wir das mehr auf der mensch erst mal okay wenn auch keine synergie das war mit so einem antäter okay nicht letzter wichtig und der geht auch davon sorry justiz aber der kopf gehört mir die gg next web es hat schon einmal verloren kann aber natürlich ein pech sein sehr gut wichtig assassine braucht drei okay das bringt uns erstmal nichts aber natürlich ist das geiler ein noch ein dafür zu haben so wie ich das so machen wir das kommt mal jetzt vier wir haben fünf da schon mal besser ja 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 ist okay sehr gut sieg ist die serie weiter den web es so weiter geht's so top 73 leute wie viele haben wir noch drei weiß ich gar nicht okay ich weiß was ich jetzt sogar nicht aber trotzdem willkommen genau habe ich mir gibt es so genau was schon ein haben ich will noch eine höhere nehmen damit wir noch ein drachen haben damit wir jetzt aber noch eine synergie mehr sehr gut das ist aber drache oder nicht dann schon ja okay fast das könntest jetzt das auf jeden fall nicht schlecht drauf wäre nämlich auch schon ein paar charaktere und siegut aus siegut aus top 50 top 50 top 50 ist wichtig top 50 ist gut dafür die wichtig so weiter geht's jeremy 2 zauber ich habe es gerade auch ohne zauber geschafft okay jetzt geht's gegen trade trade körper aus king schauen wir mal ob es hinkriegen aber also der das ist super das geil ab hier gehen auf jeden fall davon kommen neu können aber leider gar nicht noch nicht mehr wir haben schon auf jeden fall jetzt wieder ein paar drachen ansammlung auf jeden fall schon mal gut dann dach dach aber heute war auch dach kommt 6 ging 6 dann kann er auch auch shit naa ne ne scheiße hat belastet erste niederlage in den top 40 das ist knapp jetzt nie lang bonus ja okay hat er sich noch mal gerettet hat er sich gerettet haben wir noch zwei shop shop gibt es oder das auf stufe 6 die peter werden wir auf jeden fall jetzt einsetzen wieder muss jetzt rein so weiter sehr gut noch eine hydra und erst mal das würde ich sagen erstmal noch ein weiter level und den würde ich dann auch gerne reinkriegen in die nächste runde da brauchen wir auf jeden fall nicht besser 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 das war wieder ein sieg keine serie mehr aber immerhin das ok gg top 30 top 30 ist gut ist noch ein mit drei ok wenn es viele haben noch ein leben das finde ich jetzt heftig also 452 noch mal bischof alles klar das war eine neue gebäscher nee du aber so jeden musikaren haben wollen wir nicht doch haben wir eine ja und da mal neun aber wenn ich so oder nice alter sehr gut jetzt und gibt's wieder action das ist das ist gut schauen wir mal was ist denn das bringt mein neues monster noch dazu in den ball geist okay sehr gut wir haben einige seine gehen jetzt ja so finde ich gut das ändert sich nicht das bleibt weiterhin gut top 20 top 20 nice gg top 50 so 1 2 3 haben noch zwei leben 3 4 14 ok ein davon treffen wir jetzt noch höchstere klingt vermutlich nichts wie man wird mal weiter genau ja 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 und 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 ich aber den ersten auf jeden fall den nehmen wir jetzt ohne Das wird gut. So, gucken wir mal. Knapp. Top 10 auf jeden Fall. Weil wir jetzt nicht rund rausgehen können, aber... Ja, zwei noch. Einer noch. Ja, nice. Remis, nein! Oh, hat er Glück gehabt. Okay, geht. Wissen Sie, die letzten beiden Top 10? Er hätte seinen verlieren können. Jetzt kommen wir... ...ääh, Smith rausschmeißen. So, gucken wir. Geht du raus? Was bist du ein Tank? Du bist auch nur ein Helfer. Dann kommst du da hin. So, nächste Runde haben wir dann wieder 10. Also, da können wir uns auf jeden Fall konzentrieren auf... ...unsere Minions. Also, wenn wir noch ein paar auf Level 2 kriegen. Weil ich finde, wir haben nicht so viele. Das geht auf jeden Fall besser. Wir haben beide zweimal jetzt hintereinander gewohnt. Mal gucken. Wir haben 6 Energien. R2. Also, sehr gut. Ja. Top 8. Ohne Kopfprämie. So, haben wir auf jeden Fall 10. Und sind der einzige wieder... ...mit 2 Leben. Mehr als 1 Leben. Do, 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 do. Okay. Max haben wir. Behemoth, damit wir diese Energie haben. Stufe 5, ne? Und zum Wenden. Dann ist die Karin nächste Runde. Das ist cool. So will ich das machen. Oder? So machen wir das. So machen wir das. Komm, wir mal. Er fiel auf 2. 2. Knapp bisher. Ja. Ja. Top 3. Top 3. Wie der Top 3. Okay. Okay. Vielleicht die letzte Runde. Vielleicht wieder die letzte Runde. Das war ja jetzt krass. Jetzt habe ich es gejingst. Sorry. Die? Dich will ich noch. Next. Komm. Behemoth. Geil. Dich kriegen wir nicht mehr zusammen. Okay. Und mehr kriege ich auch nicht. Schade. Aber das ist jetzt gut. Komm. Was willst du eigentlich von mir? Das ist so ein Bonus für die Einheit. Ja. Sieht man ja, wie wichtig das ist. Okay. Das wäre jetzt ein krasses Battle. Sieben. Sieg ist eine Serie von sieben. Ha. Nein. Ja. Debu hat es geschafft. Scheiße. Aber Finale. Nochmal Geh Debu, ne? Ja. Debu. Scheiße. Okay. Jetzt wird es Finale angesagt, Leute. Alles umstellen. Äh. Hap hier nochmal dazu. Sehr gut. Hm. Komm. Was können wir holen? Was können wir holen? Kritische Treffer. So fällt fünf Runden an. Ich hoffe, wir uns... So rum mal. Komm. Mehr können wir nicht mehr machen. Mehr können wir nicht mehr machen. Zwei... In zwei Runden immerhin beides mal Finale. Ist aber schon mal gut. Ne. Ne, oder? Ne. Schade. Aber immerhin zweiter. Zweiter, Leute. Leute, zweiter ist auch okay. Ist okay. Schade. Am Ende... Trost, wir haben uns gut versteckt am Ende nochmal. Aber hat leider nicht gereicht. Schade. Schade, schade. Ah, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten nochmal. Das war wieder eine wunderschöne Runde von dem... ...wunderbaren Mighty Magic Chess Royale. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und schau. Werbung. Das ist so unfair. Wieso ist die Welt so mies? Ich will doch nur ein gutes Spiel haben. Genau. Ich hab ein Spiel bei Halloween gesehen und kann's mir nicht kaufen. Weil ich kein Geld hab. Kann mir nicht jemand irgendwie eine Seite empfehlen, wo man günstig Spiele kaufen kann. Ja, das können wir. Echt? Wo denn? Bei Instant Gaming. Was ist Instant Gaming denn? Da ist All-In der offizielle Partner. Das bedeutet, wenn du über den Link in der Videobeschreibung stehst, draufklickst und dann ein Spiel dort kaufst. Es ist nicht nur billig mit Garantie, sondern auch eine Unterstützung für All-In. Und das ohne, dass du noch was drauf bezahlst. Echt? Wirklich? Ja. 3% vom Kauf gehen an All-In. Oh, krass. Und damit unterstütze ich All-In? Ja. Boah. Und ich zahl nicht mehr? Nein. Play smart, pay less, Junge. Boah. Das ist echt cool. Vielen Dank. Kein Problem. Klick jetzt auf den Link in unten in der Videobeschreibung. Und los geht's. Geil. Das ist so cool. Das ist so cool.